willkommen in der toy stube ja ich habe sie komplett wave 12 der masters of the universe origins und wir gucken sie uns wie immer bei mir auf dem kanal eingepackt einmal an so wer meinen kanal verfolgt im weiß ja dass ich bei den virtual ablo master verse figuren probleme mit einem skeletor hatte wohin die in der kühlverpackung die kunststoffverpackung diese durchsichtige einen riesen riss hatte durch den versand da habe ich ja mit mattel creations dem support kontakt aufgenommen dann wurde mir zurückgeschrieben dass ich bitte ein foto von dem bruch sende das habe ich dann auch getan daraufhin habe ich keine antwort mehr bekommen dann habe ich drei wochen gewartet habe wieder einmal hingeschrieben wie es denn jetzt aussieht habe keine antwort bekommen so jetzt habe ich mattel creations weil jetzt kommt der super ich habe den frogmonger bestellt zwei stück davon ein für einen kollegen einer für mich und der war unterwegs schon versendet worden einige sind ja anscheinend noch gar nicht versendet soweit ich das mitbekommen habe und dieser frogmonger lag dann sehr 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 lange in deutschland bei dhl in der gegend rum so habe ich gewartet dachte mir naja der wird ja irgendwann kommen ich glaube zwölf tage später gucke ich in die sendungsverfolgung und dann steht da das paket erfüllt nicht die versandbedingungen von dhl und geht zurück an den absender es war schon wieder zurück nach holland gegangen und von holland anscheinend zurück in die usa ich mattel creations angeschrieben und gefragt hier mein paket ist auf dem weg zurück weil anscheinend damit irgendetwas ist wie läuft es jetzt mit den figuren und wie bekomme ich die das ende vom lied ist keine antwort eine wortlose rückerstattung meiner summe und das war's ich hatte in der anfrage über mattel creations über den support link da auch noch mal geschrieben dass ich immer noch keine antwort bezüglich meines virtual ablos skeletor habe und fotos geschickt habe aber keiner darauf reagiert hat was ist passiert dann wurde gesagt schickt bitte noch mal fotos habe ich getan das ist jetzt eine woche glaube ich her ja vielleicht vier fünf tage keine antwort ich habe auf meine nachfrage dass ich doch gerne die frogmonger figuren hätte und keinen stornung weil ich habe dann noch eine mail zwei tage später bekommen dass meine figuren leider storniert worden oder auf den weg zurück sind sie können das nicht mehr rückgängig machen und meine figuren wurden mir erstattet so habe ich dann zurück geschrieben daraufhin geantwortet auf diese mail ich hätte aber gerne die figuren wie können wir das jetzt machen ob noch frogmonger da wären ich würde die natürlich bezahlen würde gerne noch mal die figuren haben daraufhin keine antwort um es kurz zu machen ich bin mit mattel creations durch ich werde die sonderfiguren von mattel creations nicht mehr bestellen das bedeutet ich werde jetzt nur noch mehr das kaufen was hier auf dem markt auftaucht wenn es auftaucht ich habe auch hier jetzt glück gehabt dass ich gerade bei smith toys reinguckte und tongue lasher war plötzlich verfügbar und habe dann drauf gedrückt und ihn bestellt aber ich werde da jetzt nicht mehr hinterherjagen sollte das mit origins jetzt wirklich in diese richtung gehen die wave bekommt man jetzt relativ gut auch bei smith toys liegen die jetzt wohl in den regalen sollte das wirklich weiterhin so schlecht laufen werde ich da bald aufhören glaube ich mit dem sammeln das ist wirklich schade aber ich sage mir immer wenn so eine firma wirklich finde ich fast kundenunfreundlich ist und ich bin jetzt niemand der da böse hinschreibt oder irgendwas wahrscheinlich denkt wer weiß wie der da hinschreibt nein ich schreibe immer sehr sehr höflich und schreibe immer lieb bin sammler und hätte gerne meine figur und nicht das geld und ja mattel interessiert es einfach nicht es interessiert sie einfach nicht es ist dem völlig egal ob der kunde seine figur bekommt oder nicht für die ist es völlig okay dass das geld erstattet wurde und man wortlos darauf nicht mehr reagiert und es ist anscheinend auch für die okay dass man eine kaputte figur bekommt und da wird auch nicht mehr darauf reagiert ist den völlig egal aus irgendeinem grund wird auf die rückantworten die man an diese e mail-adresse schickt wenn ein jemand schreibt ich hatte das damals schon mal gab mit triclops da hat es funktioniert da hatte ich eine völlig verbogene karte und da wurde reagiert aber jetzt funktioniert das bei mattel creations gar nicht mehr entweder bekommen die so viele anfragen weil da so viel schrott versendet wird dass die nicht mehr hinterher kommen oder ich habe keine ahnung es ist denen wirklich egal die sagen sich naja die leute kaufen es eh schon aber ich finde sowas macht man mit kunden eine gewisse zeit und irgendwann sagt man sich dann ist vorbei war damals bei den classics für mich der punkt wo ich mit den classics aufgehört habe weil auch da figuren nicht angekommen waren damals auch nicht reagiert wurde auf meine reklamation und man ja drei minuten zeitfenster hat um figuren zu bestellen bis dann irgendwann später dieses abo eingeführt wurde da war ich schon gar nicht mehr habe ich schon gar nicht mehr gesammelt ich habe schon vorher abgebrochen weil ich keinen bock mehr darauf hatte und mattel ist einfach wirklich schafft jedes mal wieder mich zu verärgern und man hört es ja auch von anderen leuten dass da viel viel passiert und viele leute unzufrieden sind könnten wir gerne mal eure erfahrungen in die kommentare schreiben wenn ihr irgendwie kontakt mit mattel schon hatte und ja ob das alles gut lief oder nicht oder ob ihr da irgendwie auch schon ja unzufrieden seid ich finde es auf jeden fall schade dass mattel keine ersatz artikel hat für so ein fall wenn was defekt ankommt oder so wie jetzt meine figuren gar nicht ankommen dass sie sagen hey wir schicken wir das neu raus weil das geht auch anders ihr seht jetzt die ganze zeit hier ein bild ist natürlich todlangweilig ich mach mal kurz ein bisschen action es ist natürlich ärgerlich und es geht auch anders ich habe damals bei damals vor ein paar monaten bei metallica da kam das funko pop set mit der metallica master of puppets bühne und das war erst da bestellbar dann kam es auch bei funko europe drei tage später da hatte ich schon bestellt habe das set bestellt das kam an und war völlig zerbrochen hinten das ganze acryl glas und die figur der kirk hamid war vom pack gebrochen und saß schräg die sind ja hinten am kopf angeschraubt saß schräg in diesem acryl case drinne habe ich metallica angeschrieben also diesen shop von metallica das läuft ja bei metallica da halt dieser merchandise shop und habe gesagt so leute das ding ist völlig kaputt hier angekommen wie sieht es aus und was hat metallica gemacht die haben gesagt schick mal fotos ich habe den fotos geschickt detailliert von allem was kaputt ist und was ist passiert ich glaube eine woche später kriege ich eine mail wir schicken dir ersatz raus tut uns leid du kannst dein set behalten du bekommst ein neues war ich mega happy weil das set überall ausverkauft war bei funko europe dann auch ausverkauft und ich mich schon geärgert hatte nach mir so ohne jetzt kriegst du es nicht mehr heil aber die haben reagiert hatten ware liegen für solche fälle wenn es defekt ist es zu senden so erzähle ich gerade habe ich acht minuten darüber geredet über defekte ware und nicht gelieferte ware ich weiß nicht ob ich da ein besonderer pechvogel bin was das angeht es nervt mich auf jeden fall mattel creations wird kein geld mehr von mir bekommen in irgendeiner form ich werde da nicht mehr bestellen das ist zwar ärgerlich weil auf dem deutschen markt die ganzen scalper im prinzip sich eine goldene nase daran verdienen weil sie mit drei vier accounts dann sich irgendwie die figuren bestellen und hier teuer verkaufen ist einfach ärgerlich ich finde schade dass eine line so verhunzt wird eigentlich für uns sammler und man da irgendwie figuren ja gar nicht bekommt habe ich auch schon wieder darüber gemacht oder halt ärger mit dem versand hat oder so wie jetzt der frogmonger der jetzt schon wieder 80 euro bei ebay bringt ich ihn einfach nicht bekommen und er fehlt mir jetzt im einer sammlung und ich zahle diese scalper preise nicht sehe ich einfach nicht ein da habe ich keinen bock drauf so was zu unterstützen dass leute nur figuren kaufen um sie dann wieder zu verkaufen ja ist ärgerlich okay bin sehr gespannt auf eure meinung zu dem thema ich habe jetzt sehr sehr viel darüber geredet jetzt gehen wir zu den figuren über und ich würde sagen wir fangen mit der unspektakulärsten an jetzt seid ihr bestimmt fragt ihr euch welche ist die unspektakulärste es ist hypno da haben wir hypno der gute mann von den sun mann also ich denke mal ist ein guter mann aber kein böse ich habe keine ahnung ich kenne von hypno gar nichts oben ist das snake man zeichen drauf es ist eine euro karte wir haben diesen wunderschönen sonnengebräunten mann den sun mann aufkleber vorne drauf hinten sehen wir die ganze wave da habe ich ein video dazu gemacht dass wohl bei einigen duplico hinten drauf ist ich denke mal nur bei der duplico figur ist ja auch so mysterium was da passiert ist und dann seht ihr alles was dabei ist da hat er einen adler dabei er hat ein helm und er hat einen lolli und zwar einen drehenden lolli das ist seine heftige waffe da muss man wirklich sagen fürchtet euch vor hypno er kommt mit dem lolli so dann haben wir hier ein sehr cooles bild hier ist diese komische whiplash variante den gab es damals zum ende hin bei den classics ich weiß jetzt seinen namen nicht weil wie gesagt das waren so alles die figuren wo ich schon nicht mehr so richtig bock drauf hatte auf die classics line kam am ende mir zu viel wirrer mist den ich nicht mehr gut fand und ähnlich wie jetzt die sun mann ja aber irgendwie sind die sun mann witzig ich weiß nicht es ist staub staub da schon staub drauf das ist der wahnsinn das ding ist gerade gekommen stand zwei tage im keller und hat schon staub drauf wir sehen hier seinen helm und dann sehen wir irgendwo wussten der adler aber da unten okay ich hoffe ihr könnt ihn sehen er hängt zwischen seinen beinchen die flügel sind da unter seinen bein hier sieht man ja auch hinten rauskommen ist mir auch gar nicht aufgefallen da seht ihr sie das auf jeden fall sehr cool finde ich gut dass er so ein adler mit dabei hat ein besseres equipment auf jeden fall hat seine hypnose rolle sein sein lolli das ding ist echt man kann es anscheinend drehen als waffe also schreibt mir ehrlich mal eins als waffe total bescheuert oder ganz ehrlich ich finde die figur so albern das ist wirklich ja also ich kaufe sie eigentlich nur weil sie auf dieser karte sind ansonsten finde ich die sun mann durchgehend schlecht der einzige der mir gefällt ist pick hat pick hat das finde ich die einzig gelungene figur der sieht cool aus der könnte in die masters line passen die jungs hier finde ich einfach komplett daneben muss man echt sagen also schreibt mir mal rein wer von euch ein sun mann fan ist und die figuren wirklich feiert oder ob ihr alle sagt nee das ist wirklich schrott da haben wir hypno den mega krassen lolli kämpfer gehen wir zur figur über die ich mir in der wave eigentlich am zweitschlechtesten finde obwohl die figur eigentlich cool ist aber es ist diese repaint variante von roboto ich weiß gar nicht ist das auch eine mini comic variante oder auf jeden fall haben wir da seine roboter teile hinten drin die man austauschen kann am arm wir haben eine andere farbgebung er ist komplett in der hypno farbgebung in orange und er hat ein finde ich wirklich hässliches herz vorne auf seiner brust komisches roboter kantiges herz ich kann mit der variante auch wirklich optisch nichts anfangen muss ich gestehen aber ja es ist auf jeden fall eine figur die eine funktion hat ähnlich wie früher die vintage figur oder halte glaube ich genauso das finde ich sehr gut dann haben wir hier skelette die gegen ihn kämpfen ich nenne ihn über den valentinstag robotto weil es so ein kleines geschenk was man seiner freundin die wenn sie auf masters of the universe steht was ja bei frauen eher selten der fall ist dann wäre das so das geschenk was man machen könnte roboto mit herz gehen wir zur dritt besten schlechtesten figur aus der line obwohl ich ihn eigentlich ein echtes besser finde als auf den bildern muss ich gestehen snake armor skeleton hat wieder auch ein snake man sticker vorne drauf hat einen echt coolen helm wie ich finde der sieht wirklich gut aus auch die rüstung ist echt nett er hat da hinten seine waffe drin dann habe ich hier was haben wir noch hat er noch mehr näher hat nur diese komische keule kann es meiner packung so schlecht erkennen da seht ihr es also er kann eigentlich nichts ein schild hat er noch groß ist das schild ich finde das mal alles so gut verpackt aber unten unter seinen füßchen ist das schild versteckt man sieht es von vorne immer alles fast gar nicht noch da hinten kann man es ein bisschen durchsehen das ist wirklich nett wenn die figuren billiger wären so wie früher hätte ich fast überlegt auch mal welche zu kaufen um auszupacken aber 20 euro mittlerweile ist mir dann doch echt stange zu viel geld wenn man sich dann die komplette wave zweimal holt ich meine erstmal mal eben bei 80 euro so schon und dann noch mal beide holen das wären 160 euro um auszupacken und verpackt zu sammeln also da bleibe ich lieber beim verpackt sammeln ja snake armor skeleton ich finde ihn ganz gut ist jetzt nicht mein liebling hätte er in der line gefehlt hätte ich nicht vermisst sagen wir es so kommen wir aber zu einer figur die ein knaller ist und das ist definitiv tongue lasher ich finde ihn richtig cool es ist eine aus der vintage line eine figur die natürlich in die neue line gehört sollte das mit mattel so grausam weitergehen werde ich vielleicht auch nur noch die standard charaktere aus der vintage zeit sammeln sehr sehr gelungenes teil was natürliche schade ist seine zunge kann man nur anstecken ist ein stück kunststoff was man dann hier hinten drin hat was da unten hängt seine zunge irgendwo ich habe keine ahnung wo sie hängt da hinten ich glaube das goldene ding da das ist seine zunge und dann habt ihr seinen schlangenstab und seine armbrust sehr sehr schön da könnt ihr es auch noch mal sehen auf den bildern armbrust schlangenstab und zunge zum anstecken das sieht wirklich nett aus ist die zunge eigentlich golden oder das sieht so grün aus auf dem bild grünlich golden okay jetzt sehe ich das ja wirklich nett gefällt mir eine figur die ja absolut pflicht ist in der leyen das kann man nicht anders sagen aber kann man es noch gar nicht angeguckt da kämpft dagegen cyclone gibt es auch noch nicht als in die zeichnung gibt es noch nicht als origins der fehlt auch noch also ich hoffe dass wirklich bald mal die vintage sein komplette ist nur ich denke mal dass mattel natürlich wie immer bevor die vintage figuren alle rauskommen wird erstmal eine menge repaint schrott wieder rausgeschmissen so wie jetzt der weiße ninja er sieht zwar nett aus aber ich brauche ihn auch nicht es ist irgendwie eine figur die mir auch nichts gibt ist ein weißer ninja ja ist natürlich cool aber hat für mich so ein bisschen was von snake eyes und storm shadow von g.i.jo also braucht braucht man nicht ich würde gerne endlich die vintage dachen haben und bitte nicht wie bei grislor über mattel creations also ich hoffe nicht dass noch irgendeine standardfigur wieder über mattel creations kommt da würde ich echt wirklich im strahl genau haspeln das wäre ziemlich essend also da hoffe ich sehr sehr stark dass mattel jetzt die anderen weiteren figuren uns wirklich auf normaler karte bringt im normalen handel das wäre wirklich schön und das mal in ausreichender verfügbarkeit snouts baut und leech ihr kennt das problem immer noch nicht verfügbar hier und ich glaube sie werden auch nicht mehr kommen das ist wirklich erschreckend mir fehlen nämlich die beiden noch wenn ich mir beide jetzt kaufen müsste müsste ich ein hunderter hinlegen um zwei figuren zu kriegen boah sorry ist es irgendwie weiß ich nicht es macht langsam immer weniger spaß masters of the universe figuren zu sammeln also so gern ich diese figuren habe und diese line liebe aber es ist einfach ja es ist anstrengend es ist wirklich anstrengend sowas zusammen klar kann ich natürlich auf dem zweitmarkt das geld rausfenstern und sagen ach komm scheiß drauf ich hole mir jetzt hier ein leech für 50 euro was kostet die welt aber ich weiß nicht wie ihr das seht der ein oder andere hardcore sammler der vielleicht nur diese leihen sammeln würde ich nur diese leihen sammeln würde ich das wahrscheinlich auch machen da ich aber noch schallplatten sammelt die sie multiverse marvel legend spiderman wo gerade extrem geniale neue figuren angekündigt worden demnächst news video dazu also da kommt wirklich so viele coole sachen ich kann nicht nur mich auf masters versteifen und das geld einfach zum fenster rauswerfen und die leute unterstützen die sich einfach drei figuren in amerika bestellt haben und jetzt meinen ich verdiene mir eine goldene nase damit so das ist leider das sammeln der masters in deutschland es ist anstrengend geworden sagen wir es so aber demnächst bekomme ich eine ein mini comic trap draw ich hoffe der ist am montag da und den habe ich zum wirklich guten preis bekommen da bin ich echt sehr sehr dankbar aber die werde ich euch wahrscheinlich dann noch mal zeigen und dann vergleichen wir den mal mit dem normalen trap show okay jetzt habe ich sehr sehr viel gelabert das video sehr sehr lang geworden ich hoffe ihr seid nicht gelangweilt und besonders nicht vom anfang ich wollte euch nur meine geschichte erzählen bei virtual abloh wollte ich euch ja auf den neuesten stand bringen und auf das update halt sagen was mit mattel creations passiert ist es ist was passiert aber nicht viel mattel interessiert es nicht wenn man halt antwortet ich habe jetzt auch kein bock jedes mal ein neues support ticket zu öffnen weil dann schreiben sie wieder ja schick uns mal fotos über das support programm kann man keine foto schicken und wenn ich auf die e mail antworte reagiert keiner mehr also es ist wirklich ein support system das dermaßen schlecht ist und wirklich ja die die service wüste deutschland noch toppt und das in amerika eigentlich ja wo service sehr groß geschrieben wird und kundenfreundlichkeit da ist mattel leider weit von entfernt muss man wirklich sagen also ich finde es ja gut dass sie meine frockmonger figuren wenigstens erstattet haben also immerhin das das wurde ja wortlos gemacht aber ist das das ziel den kunden jetzt einfach sein geld wieder zu geben und er seine ware nicht bekommt die er eigentlich haben möchte weil wie mattel ja wissen müsste es sich um sammlerware handelt und sammler gerne diese figur hätten scheint mattel egal zu sein deswegen für mich ein dickes no an mattel creations kunde verloren macht weiter so es ist wirklich für mich der falsche weg und wer das hinnimmt und akzeptiert ja dann kann ich dann da kann man auch nicht mehr helfen würde ich sagen ich sage mir immer wieder ich unterstütze solche firmen dann nicht mehr in der art ich meine unterstütze immer noch das ist das problem aber ich werde bei mattel creations nicht mehr bestellen und wenn das irgendwann mehrere leute machen geht entweder die line in grund und boden oder mattel creations ändert sein system und mattel ändert das system und die figuren werden anders verfügbar sein gut so genug geredet lasst einen daumen nach oben da ein kommentar ein abo wer es noch nicht getan hat bleibt flockig tschüss